Jetzt geht's glaube ich los, ja. Warte, wann geht's jetzt los oder gleich? Hallo, bist du jetzt im Internet? Du bist jetzt im Internet, ja. Willst du nochmal Werbung für deinen Kanal machen? Leck, Leck, hallo, Leck. Hey, streamst du oder was? Hallo. Hey, streamst du oder was? Leck, Leck, hallo, Leck. Warte, was hast du, hast du ne Macke? Ne, ich musste den Aim starten und hinterherlarven. Ups. Larven? Hinterherlarven? Ich larfe dir hinterher. Oh mein Gott, wie bist du hinterher? Kann man sagen, dass du ein bisschen Sprach begabt bist? Ich bin ein bisschen Sprachlarricht. Aber hast du einen Sprachlarven? Alter, gibt's ja auch Waffen? Ich hab nicht mal ne Waffe. Hallo? Äh. Das wird gleich ne ziemliche Scheißrunde für mich, weil ich kein... Ah! Oh, fuck. Ich hänge first, ich hänge first. Oh, scheiße, scheiße. Ah, tot. Äh, okay. Ich bin bei Jason übrigens. Der Aimstrike. Alter, hier sind... Der Aimstriker. Da steht Aimstriker. Hier sind Gegners. Ah! Ups. Wo sind die Gegners? Irgendjemand schießt sich da drüben. Ey, ich bin geschossen gerade. Äh, ich war über der Hütte. Welcher von... Welcher Ehrenlose... Oh, scheiße. Prick der Aimstriker. Oh, nein, nein, nein. Ich hab nicht mehr Waffe. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, ich hab nicht meine Waffe... Gar nichts gemacht, ihr Altes. Alter, geh mal weg von meiner Couch, Alter. Da sitz ich. Ah, meiner Koi. Ey. Der... Was missen die sich hier in meiner Brücke? Oh, ich hänge aber auch echt immer fest. Das ist unglaublich. So, ich werd angegriffen. Oh! Ich hab mir nicht gestorben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jason, weißt du, was hier gerade abgegeben ist? Ja? Ich glaub, der Chantau ist Traitor. Ich glaub, Chantau ist Traitor, Mann. Utsa? Äh, ich hab nicht mal ne Waffe. Hashtag Chantau for Traitor. Also, ich hab 18 Leben. Ich hab nicht mal ne Waffe. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie soll das denn helfen? Anstatt zu sagen, wer auf dich schießt? Ah. Aber warte mal, es gibt ja zwei Traitor. Ach, guck mal, da liegen zwei Leichen. Einer ist, glaub ich, runtergefallen. Aber ich glaub, der hat ne Waffe. Oh ja, der hat ne Waffe. Lol, der hat ne Raketenwerfer. Lol, Hilsow war Traitor? Lol, ich hab nen Raketenwerfer, Leute, ne? Aber ich bin nicht Traitor. Hey, wie ist das? Nein, ich bin... Komische Ausrede von wegen, ich bin nicht Traitor und ich hab einen Raketenwerfer. Ich hab doch Hilsow identifiziert. What the fuck? Der war Traitor. Der war Traitor. Der war Traitor. Ja, ich bin hier unten. Bist du da oben? Ja. Ja, ja, ich bin da oben. Ich trau dem Jason irgendwie nicht. Der ist so ein abgebrühter. Ne, ne, warte mal. Da hat doch eben schon jemand, äh, jemanden abgeschossen. Ja, ja. Der Kloor ist ja ungewacht worden. Ja, aber der war ja wohl nicht Hilsow, oder? Es sind eh nur zwei Traitor. Ne, wir liegen hier jetzt. Andy, was hast du für ne Waffe? Ne Rifle. Also diese, diese Scout. Das war irgendeine, das war irgendeine Waffe, so ne, hört sich so an. Gott, find ich huge. So ähnlich. Von AK. Du bist aufgeschop... Was? Von AK. Von AK, ja. Hatte du das von AK? Ich weiß nicht, ich traue Jan irgendwie nicht. Stimmt das die ganze Zeit hier. Ich war doch bei euch, als die gestorben sind. Was? Der ist ja erst 1.6 hier, ne? Das stimmt von AK. Ja, warte mal. Also Jason kann es definitiv nicht sein. Es muss... Chantau... Du bist doch so ein Kloor Destructor. Also ich stehe mit Krutzer. Chantau ist auch hurt. Warum bist du hurt? Ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht, traue ich dir? Oder schieße ich? Ja, du sollst es betrauen. In dem Moment hast du schießt das Auto. Warte mal, Jan? Ja. Ja, Jan steht hier. Bei mir. Warum habt ihr gerade so übelst abgespackt? Jason hat er abgespackt, glaube ich. Ja, ich bin fast geschoben. Äh, warum kommst du zu mir, Jason? Ich auch mal lange emote. Jason. Boah, ich hab ne scheiß Sniper. Meinst du, ich würd zu dir laufen, wenn ich ne Sniper hape? Alter, ich hab 18 HP. Uuuu. Ja, ich hab ne scheiß Sniper. Uuuu. Close. Alles okay? Ja, ich wär fast äh... Autosniper. Hä, der kommt über Close oder wat? Ja, warte mal. Irgendeiner von euch ist es doch nicht. Ich bist nur jetzt hier. Chantau. Ne, Chantau ist bei mir. Ja, Chantau. Chantau ist bei mir. Ach komm, Chantau. Du bist schlecht im Lügen. Weißt du? Ich hab auch nicht ganz. Ne, es ist auch Chantau. Ich bin schlecht im Lügen? Ja. Ich glaub, jemand hat's gerade ver... Warte mal, wer ist das denn, Jason? Ich hab Falschein, ich bin das. Enya hat Swingers, oder? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Nein, ich bin einfach gerade gefallen. Ich würd grad sagen, ein nicer Raketenwerfer perfekt, aber... Ja, klar. Da lauf ich... Genau, da lauf ich auch die ganze Zeit mit rum. Also, holololo. Alter, ich trau. Ich fäng der Tarn mal nicht über mich, ne? Aber... Ich trau Chantau irgendwie nicht. Ich hab 18 HP, Mann. Ich bin halt so ein bisschen nervös, weil Chantau die ganze Zeit neben mir rumrennt. Ja, Chantau ist auch so ein richtig dreckiger Sau, Alter. Der ist... Also, ich hab mich ehrlich gesagt geduscht. Nee, du bist dreckig. Gib's doch zu. Außerdem sind's eh nur zwei Trailer, ne? Also... Es kann eigentlich nur Chantau sein. Ich... Wette gleich bin ich tot. Ja, ich bin gleich tot. Fuck. Oh, nice, Alter, Mann. Alter, dieser Eny, ne? Da kam eine Räume, du was auch glaubt, Alter, Mann. Man kann doch mal eben seine Waffe wechseln, ey. Ich bin von der Kackleiter abgerutscht, ey. Ich denke mal, ich denke mal, Eny ist mega unschuldig, aber... Ja, der Eny, die alte Schlawine, Alter, der hat mich einfach umgerobbt auf offenen Felder, ey. Genauso eine Drecksau wie der Chantau, ey. Frech. Ich hab euch übrigens auch da oben angeschossen, ne? Als ihr da oben standet. Achso. Ja gut. Na? Weiß ich ja schon mal... Aua! Leute, ich hab 5 HP. Alter, wie Leute das wieder auslassen. Ich hatte mal 5 HP. Ha, 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 ha. Du nah. Du nah. Du nah. Du nah. Ist grad jemand gestorben? Ja. So, ich glaube, es ist echt jemand gestorben. Ich glaube, es ist jemand von mir gefallen. Also von mir, von meinen Augen ist einer gestorben, aber ich war's nicht. Okay, Jason, da kommst du jetzt mit an? Ja gut, also, ich glaube, es ist nicht. Ey, Clur, was hast du da gerade gemacht? Ich hab ihn gestorben. Ich weiß nicht... Ich bin der Hissoff. Ich fiel dir in dein Gesicht. Ja, dreh dich mal um, Alter. Der Hissoff, der Hissoff merkt sowas nicht. Mann, der hat sich nicht mal bemerkt, dass ich hinter geschürfst hab, Alter. Der Hissoff hat auch keine Angst... Ey, warte mal. Alter, warte, warte... Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg! Lass mich weg, 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 wenn hier jemand die Alar-Bombe zieht. Nee, ich raste aus. Ja, der war's wahnsinnig, Alter? Geht weg, geht weg, geht weg von mir. Vielleicht sieht hier jemand die komische G-Hat-Bombe Der Chantaur ist auch alleine da unten, ne? Ey, sag mal Kurzer, was brauchen wir denn so? Äh, ich, hallo, Leute, irgendjemand kann mit dem Kind davon hier reinknallen, Alter Ich hab doch grad auf euch da geschossen, Alter, in die Richtung Irgendjemand hat grad auf mich geschossen von euch Ja, ich mach nur die komischen Puppen daraus Tami Mord, Tami Mord, Tami Mord 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 Was ist denn mit der Kru... Was ist denn mit der Heser? Du machst die Chatrucke, geh weg Ja, ich schieße dir in die Biene Aber wie kommt er denn da hoch? Alter, komm, mit, komm mit, in den Schacht Womit, in den Schacht Ich glaub, die können fliegen Da muss man Traitor sein Oh, da hat jemand da drüben gerade jemanden umgebracht Jason hat, glaub ich, jemanden weggemacht Hä? Andy, kann's nicht gewesen sein Ja, Mann, Jason steht auch schon so verdächtig da oben Hey, warte, Jason ist da oben Wer war denn da drüben gerade? Da ist sie, Andy war mit der Leiche halt langgelaufen Ich war's ganz sicher nicht Mit den Figuren aus dem... Oh mein Gott, Jason ist untergefallen Jason ist runtergefallen da hinten. Kann ich mal jemanden von Firmen zu gucken, ob das ein Traitor war, das wir so unlucky werden? Peric und Annie sind es glaube ich, die haben... warte mal. Nein, wir haben gar nichts gemacht, Alter. Wir stehen die ganze Zeit hier. Da ist doch irgendjemand mit einer Leiche langgelaufen. Da ist doch Jason gerade unter der Box. Ja, aber warte mal. Ey, warte mal, das waren die Leichen aus diesem Karton. Ach so. Oh Gott, ey, der Fabian kann es auf der Range nicht erkennen, ey. Der Ding ist gelebt. Hä, was war das? Alter, irgendjemand schießt hier. Ja, der Klor, der ballert hier rum. Ich baller gar nicht. Ich stehe die ganze Zeit hier rum, ich mache nix, ey. Der ballert hier voll rum, Alter. Der ist voll am Amor gelaufen. Juhu. Juhu. Der Hesoff ist auf jeden Fall, glaube ich. Der hat null Angst. Wo soll ich den Artist da haben? Jason ist da hinten. Wenn ich tot bin, sieht der Klor, der ballert hier rum. Da ist er runtergefallen. Wo ist der? Da hinten ist er runtergefallen. Warte, dann gehe ich da hin. Kann man hier seitlich lang? Nee, da gehe ich nicht hoch, Alter. Da sterbe ich von der Frau. Huuu. Die dreckige Huu. Ich geh mal hin zu Jason. Nicht wahr, Peric? Die dreckige Huu? Oh, fuck. Nee, nee, genauso nicht. Ach, da ist Jason. Ich komme nicht ran, der quetscht dir zwischen ne Ecke. Ich komme nicht an die Leiche von Jason. Irgendwie wollten wir den nicht gerade so hinterher creepen, Peric. Ja, ich creep Peric schon die ganze Zeit hinterher. Ihr seid beide Creeper. Ich komme nicht ran, aber ich glaube, Jason war Traitor. Ich kann aber keine Waffe entdecken. Jason ist runtergefallen auf jeden Fall. Ich kann keine Waffe entdecken, die Traitor ist. Also da liegt keine Waffe. Ich glaube nicht, dass da Traitor war. Oder er hat nichts gekauft. Alter, geh weg von mir. Du willst nur die Treppen. Ich schieße einmal ein Gitter durch. Ja, ja. Oh mein Gott, Alter. Was ist los? Ja, ah, okay. Oh, okay. Das hast du jetzt gerade gesehen. Ich habe ihn nicht getötet. Oh mein Gott. Von oben, von oben, von oben, von oben, von oben, von oben. Decker. Hier ist gerade einer runtergefallen. Was? Der wieder auch lacht, Alter. Also auf Eddie, auf Eddie und auf... Histhoff ist runtergefallen gerade. Ich bin es nicht gewesen. Junge, du hast dich nicht dazu geäußert. Ich war nicht mal da. Ich war nicht mal in der Nähe. Junge, du kamst aus dem Turm. Wie soll ich das denn mitkriegen? Ich schwöre es dir. Wie soll ich das denn? Nenn mir einen Grund, warum du es nicht bist. Weil ich nicht bin. Na, holst du jetzt eine Waffe? Nö. Ich brauche keine Waffe, WTF. Alter, ich schwöre es dir. Warum hast du dich nicht dazu... Ja. ...einfach... ...die Fresse rein? Warum möchte ich jetzt... Kribbelt mir gerade in den Finger, das ist so schön. Der ist eigentlich durch den Raketenwerfer jemand gestorben. Parry, lass mich noch so Good Guy mäßig nehmen. Hä, kann ich... Ey, Claire, der ist hier unten, ne? Aber ich kann ihn nicht abschließen. Ach, ja, herrlich. Ich glaube, ich komme. Alter, ich bin einfach zu nett in diesem Game. Wirklich. Ja. Ich hätte dich einfach wegbratzen sollen. Ich wusste doch, dass du das warst, Alter. Oh, das ist so schön. Ey, ist jemand durch die Raketenwerfer gestorben? Ja, stopp. Ich hab... Nee, nee, nee. Ich hab's runtergefahren. Ich hab's runtergefahren. Ich hab's runtergefahren. Ich hab's runtergefahren. Ey, ohne Witz. Und ich bin wieder einfach... Nee. Weil er wieder winselt wie so ein kleiner Hund. Weißt du, denk ich mir, komm, machst du nicht weg. Nächstes Mal bist du der Erste, der stirbt. Glaub mir, Alter. Ja, dann bin ich einfach mal inno. Nächstes Mal, wenn du in so eine Aktion kommst, mach ich dich weg. Ja gut, ich war wirklich weit weg, ich war realistisch. Ja, aber du warst das. Nee, warte mal, der Rocket Launcher kam ja von dem Turm. So, und du warst ja auch eigentlich. Ja, ich war das ja auch, aber... Ja, ja, du Lauch. Kann ich das... In der Theorie war ich einfach nur zu weit weg, der auch einfach so nicht darauf reagieren kann. Was ist eigentlich mit Jason passiert? War der Traitor? Der ist einfach runtergefahren war inno. Ich hab mir das schon fast gedacht. Ich hab mir das schon fast gedacht. Oh, der hat Aydin ist detektiv. Ey, hör auf mich zu schießen, ich bin detektiv. Ich bin Special Pass. Aydin? Ey, hör auf. Schießen wir, warte. Geh, Jason, Jason ist... Jason ist verdächtig. Für was? Wir gehen mal hinab. So, ich beobachte jetzt mal Talitzverhalten und schau mir das Talitz ganz genau an. Was ist mit dir, Jan, Alter? Oh, ich hab ein paar Lemon Shock. Oh. Wenn dir jetzt hinterher, Jan. Die ganze Zeit. Alter, ist einfach mal auf mich geschossen. Chantau, Alter. Chantau, Alter. Piss auf. Chantau hat leider keine Schrotflinte, sonst wird er mich wieder umbringen. Cool, ja? Hast du das gerade wirklich gemacht? Alter, wir knüppeln dich mit unserem Crowbus zunichte. RIP. Guck mal, da holt er die Waffe schon drauf. Ich bin kurz darauf aufzudrücken, ne? Weil eigentlich schießt jemand. Warum sagt der Jan eigentlich nix? Ist der wieder gemutet? Ja, der ist... Ich war gemutet. Der muss sich konzentrieren. Warum warst du gemutet? Weil ich eben kurz auf Toilette war. Ja, ich hab gesagt, lol, das war close. Warum schießt du auf mich eigentlich? Ich schieß nicht auf dich. Ich schieß nicht auf dich. Ich schieß an die Wand. Nein, ich schieß gegen die Wand. Guck mal, wo die Löcher sind. Ja, aber... Irgendjemand ist, glaube ich, gerade gesteckt. Also, ob ich mit ner fucking Mac-10 von hier aus versuche, jemanden umzumurksen. Also, das ist der Detective Warne. Ja, kommt man nicht hoch. Ist das da? Ich würde sagen, ich bin jetzt hier oben. Wieso bist du so hart verwundet? Weil ich runtergefallen mit drei Mal. Warum? Wieso kämpfst du eigentlich immer? Ich glaube, Hissoff will jemanden töten konzentrieren. Hissoff hat doch keine Ahnung. Weil ich von hier alles sehe, deswegen. Achso. Achso. Oder hast du jemanden recht zu halten, weil du ein Traitor bist, ne? Alter. Aydin, warum schießt du? Habe ich dich getroffen? Nee. Aber warum schießt du? Machst du mir Angst? Warte mal, wir haben jetzt übrigens drei Traitor, ne? Denk dran, ne? Oh, es sind drei. Ja, ja, wir haben drei. Ja, weil wir acht Leute sind. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass Hissoff es ist, wenn ich mit Aydin hier bin, recht hoch. Ja. Ich bin Detective. Ist sehr hoch. Ist sehr hoch. Äh, andersrum. Das Hissoff ist es, wenn ich mit Aydin da bin. Ja, ist doch richtig. Warte, vielleicht ist es auch Kruse. Der bleibt doch mein Vertrauen. Aydin ist Detective. Ich bin's nicht. Dann bist du's Hissoff. Ich bin aber... Innocent. Ach, du bist aus die Beine weit. Ist das da? Schantau, ey. Wenn ich um die Leiter springen, ne? Und sterbe, dann kannst du... Ich versuch's jetzt, wenn ich sterbe, kannst du mich... Ja, wieso bist du wounded? Wenn ich tot bin, das ist Aydin. Auf jeden Fall Aydin. Ah, ich hab's geschafft. Weil er mir in die Fresse geballert hat. Hier ist Nadi Diffied Buddy mit nem... Wir schießen hier schon wieder. Weil als ich Perrick abgeschossen hab, war der... Er hat sich selber weggesprengt. Er hat sich selber weggesprengt. Oh mein Gott. Ist Perrick überhaupt noch an Leben? Der will zu wenig, Perrick. Kann man erinnern, den... 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 Oh, ich bin fast tot. Wer ist das da? Cruiser und Aydin. Cruiser und Aydin. Cruiser schießt. Also hoffentlich. Cruiser und Aydin. Cruiser is it. Ja, ja. Und der letzte ist, äh, Cruiser, ja. Hinter den... Ähm... Büchern. Mh... Er ist der letzte Trailer. Oh, hat nicht getroffen. Alter, was hat der Schantau dir für ein Brett gegeben hat, Alter, Aydin. Ich hab's nicht gesehen, Mann. Alter, wer jetzt halt sehen müssen mit Jason, ne? Mit C. Alter, Jason kommt um die Ecke, hat den Raketenwerfer in der Hand. Ich steh genau vor ihm und er drückt ab. Alter, wie schmeckt das? Vor allem, ich hab auch noch mit der Schrotwinte abgedrückt. Ich dachte, du stirbst eher, ey. Ich hab mich so hart erschreckt, ich hab verlegt, den abzudrückt. Hä? Perrick lagst du da auch irgendwo? Ja! Der hat sich abgedrückt. Ich hab nicht mal mündlich nicht, dass Perrick überhaupt gestorben ist. Ja, als du geschossen hast, hab ich auch angefangen. Ne, du hast geschossen. Ich hab... Ich hab den... Den Kler einfach nur abgeschluckt. Ja, du hast... Ich hab mich wohl vermuchst. Das war voll entweder. Was hast du gesagt, äh... 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 Ne, ich hab dich gar nicht gesehen, so. Ich hab den Lächeln... Ja, ich bin weggeflogen, weil... Der Raketenwerfer in die Frontale wünscht hat. Ich bin wahrscheinlich sonst wohin geflogen. Nur bist ein... In dem Puppenhaus eine Etage runtergeflogen. Ja! Wieder Eno. Oh, Detective. Ey, ich mein natürlich Traitor. Loll, Aydin. Das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Junge, ich bin noch im Leben, Alter. Was für ein Skill. Ja, ja. Ihr macht mich nervös, Jungs. Alter, was für ein Skill. Der Hisov geht immer hier hin, ne? Das ist auch irgendwie echt weird. Der Hisov ist richtig... Richtig weird? Weird? Ja, richtig Feuer, sehr wild. Wow, das ist weird. Hat er geschossen? Der Hisov hat im Moment aufgeschossen. Aber... Wenn die Tech-Left für dich in den Wunden wird, wird ich wohl angeschlossen. Geh, der Schantau, der da ein bisschen wird ab, Alter. Wenn jemand hat mich angeschossen. Ich will eigentlich runtergehen, also. Ich will eigentlich runtergehen. Ich war's nicht. Geh, der Esov. Ich war's nicht. Der Eni. Der ist guter Spot. Ich glaub, der ist Kekre. Wie? Ich glaub, der is es. Ich glaub, der is es. Der ist 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 ein Warnschuss. Nein, der war eine riesen Disco. Wer war das, wer war das, wer war das, wer war das? Der ist es. Der? Er will ich es dir. Der ist es. Der ist es. Ich weiß es nicht. Ist irgendjemand gestorben? Das ist Schant. Der ist es. Der ist weißt es, du. Also Kruzza ist es safe nicht. Man, ich weiß gar nicht ... Nein, bist du tot oder lebst du noch? Die Super-Discount hat mich einfach... Ach, bist du eigentlich tot oder lebst du noch? Hat mich einfach gestackt. Warum hast du als DT die Ding jetzt getwittert? Hä? Ich dachte eigentlich eine Discom geworfen. Das ist eine Traitor war für mich. Die Super-Discount ist ja eine Traitor. Nicht immer, eine Super-Discount ist ja eine Traitor. Aber das war eine Super-Discount von der Pro. Was, wo war eine Super-Discount? Leute, da wurde jemand weggeschossen. Unter mir eben. Ey, im Puppenhaus wurde jemand weggeschossen. Im Puppenhaus? Das war Hisop, dann ist er tot. Hä? Ich hab ihn grad die ganze Zeit gesehen. Ich hab... Wo denn? Alter, könnt ihr auch mal... Ganz ehrlich, wenn ihr Leichen seht, ne? Leute, jetzt ist hier was explodiert. Unten beim Puppenhaus? Wenn ihr Leichen seht, dann identifiziert die. Ja, die ist halt zu weit weg. Ich kann auch nicht fliegen. Ja, wo ist sie denn? Ja, im Puppenhaus. Ich geh die identifizieren. Ich muss da hin. Ich geh jetzt ins Puppenhaus. Wenn ich jemanden tötet, dann hat er das Puppenhaus in Sicht. Komm mal jemand noch hier hin. Da ist jemand im Wind. Der piekt ja den Wind. Der piekt ja den Wind. Ich bin im Wind. Ja, komm mal da raus. Schontelhaus auch im Wind. Da liegt ein unidentified buddy bei der Mühle. Ich glaub das war Peric. Hä? Peric ist tot. Hier liegt ein unidentified buddy. Ich bin hier bei dem... Ja, Aydin. Achso, das war Aydin, okay. Ich bin beim Puppenhaus. Da liegt ne Leiche, Alter. Annie sagt schon die ganze Zeit nichts mehr, ne? Ah, ihr beiden Ficker, Alter. Kommt ran. Hä, was? Ich bin's nicht, Alter. Hier liegt ne Leiche. Hilf's auf. Immer noch Hilf's auf. Wo ist Annie? Warum sollte Annie ihn dann nicht identifien? Ja, weiß ich doch nicht. Der hat gesagt, der geht da hin. Der liegt hier nicht, der Annie. Also... Ich glaub Annie ist es. Kler ist es schonmal? Kler ist es? Okay. Ja, ja. Und du? Ja. Nein, ich bin's nicht. Ich schwör's dir, ich bin's nicht. Boah! Ich bin dich wieder... Kler ist bei mir, Kler ist bei mir, Kler ist bei mir. Jam, der ist hier. Ach. Alter, ich treff ihn nicht. Der ist unten, der ist unten, der ist unten. Der ist unten, der ist unten. Alter. Alter. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Kurzer, ich hab ihn. Ich hab ihn gekillt. Alter, geh weg. Lass mich hier raus. Da war noch einer. Da war noch einer. Nein, ich bin's nicht, Junge. Ich hab ihn getötet, Mann. Hast du ne Macke? Mann, ich hab ihn getötet. Warum sollte denn niemand sonst reden? Mann, ich hab ihn umgebracht. Der Chantau muss auch noch... Hier ist ein Baby, Alter. Hier liegt ein Baby. Ja, das hat Kler geschossen. Oh Gott, Alter. Junge. Ich bin's nicht. Mann, ich schwör's dir, ich bin... Ey, guck mal, Mann. Das war so. Boah, du hättest eigentlich den anderen wegknallen können. Lass mich nur noch hinauszögern, Parryk. Boah, Alter. Die Parryk hat was du tut, als hätt er eine Lightfoot nicht gefunden. Ja, wie ich aber auch mit Parryk erstmal zusammen geroleplayt hab, ne. Das war schon echt Team Awesome. Alter, ich wollte dich eigentlich gar nicht töten. Das war ultra scheiße, ey. Äh, egal. Du musst halt so tun, als wärst du ein Gegner, ne. Sonst wär das auch draufgefallen. Ja, ich... Ja, der hat aber nur... Ja, warum denn nicht, Alter? Der Kruz hat mir geglaubt. Nee, hab ich nicht. Ich bin einfach rausgelaufen. Ich hab Parryk auch nicht geglaubt. Ich hatte... Ich werde dich dann mit der Stout gegen die Shotgun, ähm... Dings... Ey, was ist eigentlich mit dir gewesen, Jason? Weiß ich, ich töte dich und dann... Erstmal machst du noch A und dann noch P. Ich hatte noch voll den Lack, irgendwie. Ich bin einfach... Ja, ja. Ja, du bist hängen geblieben. Das stimmt, ey. Oh, okay. Ich möchte dich jetzt nicht hier on-camp zerstören. Oh, wirklich? Schieß mir mal in den Kopf, ja. Annie, ich vertraue dir diesmal wieder. Was ist? Schieß mir mal in den Kopf, ja. Ja, dann lass mal... Dann musst du stehen bleiben. Lass mal runtergehen. Schieß mir in den Kopf, also... Kann der Ventilator hier einmal nicht umbringen? Ja, dann musst du stehen bleiben. Kommt man überhaupt runter? Warum machst du einen Error, Kruzi? Weil ich... Nee, dann lass oben runter. Ah! Ja, ja, der wird's auf mich schießen. So, was denn? Oh mein Gott, der Ventilator, ähm... Ich sterbe es, Annie. Tschüss, oh mein Gott, sorry, Alter. Das war nicht mit am sich. Was ist denn... Alter, hör auf damit! Ich krieg hier Schaden. Komm mal hoch, komm mal hoch. Ich hab ihn oben gegen die Mühle gepusht. Ja, Jan. Das ist Killer, das ist Killer. Jan, du weißt, dass man dadurch Schaden bekommt, ne? Hä? Durch den Push? Ja, durch den Push bekommt man auch Schaden. Ja, ich hab ihn oben gegen die Mühle gepusht und die Mühle an ihn runtergehen. Jason war Traitor, what the fuck? Wollte wieder jemand random gekillt, oder was? Ja, ich hab ihn auch... Wir haben den Serienritter! Ah, der... Der Jan. Oh mein Gott, da unten liegt... Ach nee, das ist Jason. Der Jan ist auf Detekt. Ja, der hat immer den Jason einfach gekillt. Jason war Traitor. Ich wollte ihn ja nicht killen. Ich hab ihn in die Mühle gepresst und die Mühle hat ihn halt weggedrückt. Du hast ihn halt weggedrückt. Ey, die Mühle dreht sich doch nicht immer. Wieso dreht sich jetzt auch immer die Mühle? Ich weiß auch immer, was das sein soll. Von der Gegend schießt das hier. Boah, wie schnell bist du gering, Alter. Ich hab mich voll erschrocken. Boah! Naja, du hast dich erschrocken als ob, Junge. Erzählen wir doch keinen. Warte mal, dafür müsste ich dich jetzt eigentlich wegmachen. Du hast Jason nämlich nicht confirmed. Das waren Jan und ich. Ja. Was macht ihr da? Ja, der war... Ja, ich hab ihn auch weg. Ja. Was, Alter, Alter? Warum sagst du, du hast Jason confirmed? Sag mal, hast du ne Vollmeister, Alter? Weißt du... Boah, ihr könnt mich wegmachen, aber... Ganz ehrlich, wenn man sowas sagt, dann braucht man sich nicht wundern. Da braucht man sich nicht wundern. Ah, ist das AIDS, ey. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du es bist, ey. Das ist ein Mensch im Puppenhaus. Ey, Gott, das springt jetzt ins Ohr, ey. Huh! Spüre meine Smoke. Boah, ich hör ja so einen Knack. Hallo, Andy, warum bist du wounded? Bitte? War ich da gerade runtergefallen mit deiner Leiter wieder? Hm... Weiß nicht, die Ausreiter... Aber wie kommt man denn hier runter? Achso. Du bist da auch badly wounded. Ja, weil der Jan mich gepusht hat. Ja, Mimimi, Ausrede, Mimimi. Nee, nicht Badly, äh, Ausrede. Das ist, äh, Badly Jan. Wow. Hallo, ja. Jetzt muss man was testen. Wart mal. Was passiert, wenn ich das hier mach? Mein Trick? Geht nicht. Passiert gar nichts. Oh, auf einmal sind alle grünen Farben rot. Hä? Was ist das denn? Hä? Du mhm ne. Hä? Hey, natur, klar komm mal ran. Guck mal hier hin, mit der Leiche an die Wand. Hä? Nee, warum glaub ich dir nicht? Was machst du hier? Zumindest das Tribut Gottes. Ich weiß nicht, ich trau euch beiden überhaupt nicht. Ich trau euch beiden auch nicht. Irgendjemand schießt auf mich. Oh, ich bin tot. Hä? Was? Ey, ich... Okay, das waren die zwei beide nicht. Er hat gemerkt, dass ich das nicht war. Ja, nein, er ist runtergefallen. Ich hab das gesehen. Wow. Ich wollte schon sagen, nicht, dass es jetzt heiß ich werde. Wer legt denn noch alles? Chantau? Oh, ich bin tot. Oh, ja. Naja, noch ein Tribut Gottes. Also, wer von euch lebt jetzt noch? Weil ich verliere langsam echt den Überblick. Ich glaub, Chantau lebt noch, aber er sagt mir doch nichts, ey. So. Ruzer da oben. Glaubt ihr, Chantau lebt noch? Ja, ich glaub, der lebt noch, man. Das macht der immer, dass er nichts mehr sagt auf einmal. Nicht, dass der irgendwo in der Ecke hängt. Ach, das hat er grad eben auch gemacht. Die hat's halt nicht gesagt, man hat einfach Peppek geschnitzelt. Ja, gut. Steht aber auch keinen mehr. Habt ihr in allen Ecken geschaut, der da steht? In allen Ecken? Ja, warte mal, ich geh mal über alle Ecken ab. Bin in drei Stunden wieder da. Mach mal eben. Ähm. Jetzt ist grad der runtergefallen. Hm. Mein Gott. Dein Ernst. Jan, was machst du eigentlich die ganze Zeit los? Jan, das bricht einfach nur die ganze Zeit. Hätt ich, hätt ich die beiden einfach random killen sollen, oder wat? Ja, das waren doch die einzigen beiden, die noch geredet haben, alter. Ja, ich hab nach Chantau und Hisaf gesucht. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet. Doch, das war schon immer da. Aber das hast du nicht geredet. Ich weiß nicht. Aber Hauptsache. Sorry, ne, aber bei Aydin, ne, aber wenn du sagst, du hast nen Traitor, die identifiz... Ja, aber du hast die nicht identifiziert. Du hast die nicht konfirmt. Du hast die nicht konfirmt. Ich hab die mit Jan konfirmt, ja. Deswegen, keine Ahnung. Ja, Junge, wenn du mir sagst, du hast nen Traitor konfirmt. So. Oh mein Gott, ey, kommt dran. Was ja kompletter Käse ist. Ah! Was geht denn jetzt? Ich glaub, der Jason ist Traitor. Ja, ne, hier. Schlau. Ey, kann das, kann das nicht mit der... Der Ventilator ist, glaub ich, ne Falle, oder? Ja, das ist ne Falle. Die man anmachen kann, oder? Also hatte die... Ich glaub, man muss das einfach nur mal anschießen. Also Jason, die hatten wir auch noch das selber gekriegt. Der hat die Anstattung gemacht. Nee, anschießen bringt nix. Ich bin runter verpusht worden. Ich hab die... Ja, aber du bist gegen den Dings gepusht worden. Ja, aber ich hab... Ich bin dann noch aktiviert. Ich hab wieder keine Ahnung, Alter. Das ist mega kacke. Also ich will nix sagen, aber Jason stand gerade einfach so rum, ne? Ja, ich muss meinen Schlauch richten, Mann. Ich rauch gerade. Deinen Schlauch musst du jetzt wählen. Das wäre eher... Ken. Ich wusste nicht, dass du deinen Penis Schlauch nennst. Was mein Moment könnte, wenn du mal nicht brauchst? Alter, der Annie, ne? Der Annie meint da ja. Hä? Ich bin die ganze Zeit schon in den Hauen. Du bist mit mir gekommen. Naja, okay. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendjemand ist schon runtergefallen dahinten. Irgendjemand ist irgendwo gesteuert. Ja, die ist runtergefallen. Ey, der ist schon wieder runtergefallen. Ich weiß nicht, wie er das war. Ich hab eisner. Wie geht doch nicht an dieser Ecke? Immer wenn ihr da mal rumfallen seid. Oh mein Gott. Über mir, über mir war's. Über mir. Ich weiß nicht wo. Hast du das? Nein. Ja, über mir aus dem Regal. Ja, über mir aus dem Regal. Alter, Jason schießt auf mich. Ich schieß gar nicht auf dich. Alter. Warum bin ich doch nicht so nervös? Oh. Okay, der wurde weggemacht. Alter, was war das für ne Explosion? Wer wurde weggemacht? Oh, fuck. Du bist hier. Alter, was ist hier los? Ich krieg hier nix mit. Fuck, 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 fuck. Sorry. Hallo? Könnt ihr mal reden? Wer ist denn jetzt gestorben, Leute? Keine Ahnung, man. Ich hab nicht gehört. Einer fällt runter. Der andere kriegt eine Rakete in die Fresse. Okay, zwei wurden eine Rakete weggemacht. Ja, ich... Wolle ich grad konfirmen. Ey. Hat noch jemand gesehen? Alter, warum schießt du einfach auf mich? Du bist da hinten runtergefallen. Du hast die von hier oben weggemacht. Ich? Alter, wo von oben? Mann komm, geh zu ne Leiche und guck auf, ob die von selbst gestorben ist. Ich hab's gesehen. Den Todes... Todes... Alles klar, auf Jason schieß ich. Alter, Todesursache kann man... Hä? Was ist das denn? Ja, klar war's. Der fuck, Alter. Was ist das? Riesiger Error ist da bei mir. Oh, hier ist... Ernsthaft? Bei mir ist das so ne Kugel. Bei mir ist da ein Error. Das ist die Traitor-Waffe. Äh, da snap jemand auf mich. Hisoff. Ich hab Clur weggemacht. Ich hab Clur weggemacht. Ich hab Clur weggemacht. Also, baller ich... Ich hab Clur weggemacht. Der war Traitor. Wer war Traitor? Clur? Ja, ich hab ihn weggemacht. Clur und Tarik. Ähm... Oh fuck! Ich hab Clur weggemacht. Okay. Wer ist das dann? Hisoff oder nicht? Hisoff, ne? Jaja. Der ist... Glaub ich dir? Ich weiß nicht, ob ich den glaube. Ja, keine Ahnung. Ich hab Clur weggemacht. Okay, so. Ah! Er... Wo ist der? Ach so, dann hab ich dich mit ihm nur gelacht. Kann ich dich bangen? Ja. Go Hisoff! Go Hisoff! Pfff! Pfff! Beweg dich! Oh Gott! Beweg mich doch! Ich habe niemanden umgelegt und du sagst, du brichst mich einfach auf. Ja, warte mal, warte mal, du hast kurz mit dem Raketenwerfer weggesprengt. Ja, aber das hat er ja nicht gemeint. Der meinte, der hätte runtergefallen, wäre ich gewesen. Wieso bin immer ich der erste Stil? Ja, aber ihr müsst doch mal bedenken, ne? Sagen wir mal, wir sind acht Mann, wir sind acht Mann, ne? Der Jason sieht bei sich, sieht bei sich, dass er in Inno ist, sieht Chantau, dass er die Teckel ist und drei Mann sind tot. Das ist so klar, aber es geht mir gerade eher darum, da hinten ist jemand runtergefallen und ihr sagt, ich wollt. Nein, ich habe ja gesehen, dass die Schüsse von oben kamen und ich wusste entweder, was ist Nisov oder du. Ja, aber einer ist einfach nur so runtergefallen. Ja gut, klar, aber du kannst dich davon ausgehen, nur weil noch zwei Innos leben, dass du nicht verdächtig wirst. Ich habe ja nur noch gelebt und Chantau. Ja, eben, es war nur noch zwei, es war nur noch ein Inno am Leben und das war so Jason. So, dass er dich dann verdächtig ist, ist ja klar. Aber trotzdem habe ich die nicht von oben runtergeklärt. Ja, ist ja egal, trotzdem kann er ja sagen, was ist denn das Schuss? Was ist denn das Schuss? Was ist denn das Schuss? Das ist ja vollkommen wurscht. Was ist denn das Schuss? Dann komm mal ein, Chantau. Ich will irgendwas, ey, ich will ne Waffe haben, Digga. Ich renn mal hier hin. Okay, ich verstehe gar nicht, wie dich der Rocket Launcher nicht getötet hat, Chantau. Oh, ey, ich fall jedes Mal rum. Ich bin sehr witzig gekommen, glaub ich. Ich schüttel, Töne. Ich toppe, denn das ist Parag. Lass die, Cruiser. Ja, superwitz, superwitz. Alter, Junge... Alter, ihr quetscht mich ein. Alter, ihr quetscht mich ein. Ihr habt Panik, ich geh besser. Wurde ich euch einfach mal drücken. Hallo? Er hat gestoppt, er hat gestoppt. Er hat gestoppt, Leute, er hat auf jeden Fall gestoppt. Warte. So, warte. Ja komm, Messer nicht. Es gibt auch einen Traitor, das ich Nuck ziehe. Alter, wir schießen da schon wieder. Komm mal her, ich werde mal die Zierabombe ausprobieren. Ja, nein, 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 nein. Oh mein. Wie geht's hier, wie geht's gut? Ja, das geht. Junge, ich will mich vielleicht noch retten. Wie ist er? Weil ich runtergefallen bin von der Leiter. Würde ich doch nie machen, klar. Warum hänge ich jetzt so fest? Nein, ich bin hier von dieser Leiter runtergefallen. Hä? Alter, ich dachte gerade, Aidy, was hast du, wenn du... Ey, warum bist du immer von mir? Ich krieg voll Angst. Was hast du denn? Random Killer, wenn du dich nicht ordentlich ausdrückst? War ich meinst du Random Clur? Na, wow. Alter Clur, schöne Leiche hast du gefunden. Ist das hier? Ich geh mal noch ganz oben. Oh, yeah. Wer trennt mir denn da hinterher? Sag mal, Aidy, du bist ganz schön nervös dafür, dass du... Bist du ne Sekunde nicht aufpassen, dann nehm ich die auseinander. Verdächtig, verdächtig. Perrick ist tot. Perrick ist tot, oder? Ich bin im Farley geraten. Perrick hat auf Aiding geschossen? Irgendwer ist grad runtergefallen. Ich glaube, Perrick wurde von der AWP von Kutzer getötet. Oder? Leute, Chantau, Alter, ich krieg... Irgendwann hab ich noch mal nen nervösen Finger und knall dir ins Gesicht. Ja, wenn du um die Ecke kommst. Liegst dich auch immer so an. Oh, ich bin's nicht. Also, Kutzer hat Perrick mit ner AWP getötet, so. What? Lea? Aiding hat Perrick abgeschossen. Achso. Aiding war das? Aiding, sagst du mal was? Aiding hat die DeadFeltBardies, ne? Habt ihr gehört, ne? Ich hab ne Aave. Wieso? Da brauchst du ne Aave. Von wo? Lea? Aiding und Perrick sind tot. Hey, dann ist ja ein Traitor tot. Ja hier, aber ich komm nicht dran, oder? Der liegt hier oben, warte. Ja, alt eh. Das geht ja nicht von hier unten. Warte, ich probier's. Warte, kann ich auf dich drauf hin? Ja, komm. Oben in der Ecke. Oben in der Ecke. Na ja, tschüss. Chantau. Ich hab Kruse einfach weggemacht. Ey geil. Ich geh genau über Chantau und er schieß einfach... Ich war auch noch am Leben. Ja, ich war auch über dir. Ey, ohne Witz, ne? Ey, der Aiding ist wie so ein Kaninchen, Alter. Wenn du das einmal aufschreckst, ist es vorbei. Ja. Was will ich machen, Alter? Alter, ich schieß in die Luft, ne? Ja, ich schieß in die Luft und der knallt mich direkt weg. Ey, ich hab auch genau darauf gewartet, dass Chantau einfach nur einen Fehler macht, wenn ich ihn abknallen kann, ey, den Homeboy. Da will er wieder seine Sneaky Action bringen mit so einem scheißen Roleplay. Ich war das nicht. Wieso fall ich eigentlich immer runter, wenn ich zu Hause bin? Ey, ich war das nicht. Ja, keine Ahnung. Wieso fall ich konstant runter? Kannst du keine Leitern benutzen? Bist du so doof? Nein, ich bin voll auf die Box springen von ganz oben. Ja, aber warte mal, ne? Ich bin aus Panikbreiter runtergesprungen aus, was er möchte. Dieses komische Ventilator-Ding, das geht auch nicht mehr. Kann man nicht aktivieren. Doch, ich hab's wahrscheinlich mit dem Dings, mit der Force vom Lightsaber angemacht. Ah, das kann sein, ja. Das kann tatsächlich sein. Da ist auch ein Knopf, den kann man drücken. Auf dem Ding selbst. Ist das ein Knopf? Ernsthaft? Ja, auf dem Ding ist ein Knopf. Oh ja, stimmt. Eins sieht aus. Nice. Andy, warum schießt du? Schießt auf den Knopf. Wer ist das? Wer ist das denn hier? Okay, Parig ist Traitor, Leute. Parig ist Traitor. Wenn er irgendwo wach ist, der Typ ist so was von Traitor. Ich weiß es ganz genau. Der Packing. Das ist, das ist hundertprozentig sicher, weil... Äh. Wer ist das denn hier? Wer ist das denn hier? Wer ist das denn hier? Ich bin das. Irgendjemand ist, glaub ich, gerade ohne angefallen. Uuuh, 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 alle drei. Ja, Parig, Parig mal ganz genau im Blick, Leute, ne? Wir müssen jetzt echt mal sehr genau unter die Liga gehen. Wer ist da weggespringt worden? Gäste, Gäste. Ich glaub irgendjemand oben auf dem Bett hier. Aydin, 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 Aydin. Aydin, Aydin, Aydin. Aydin, 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 Aydin hat weiter. Anywa, Aydin. Der fuck, hat der einfach neben euch den Raketenwerfer rausgespumd... Warte mal, Aydin hat auch mich beschuldigt, ne? Ah, jetzt hab ich übrigens ne Pistole dann bei Aydin. Das ist dir klar, oder? Hast du grad auf mich geschossen? Habe gar nichts geschossen. Hast du... Hast du grad auf mich geschossen, Shantau? Ne, 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 da hab ich nicht. Da ist hier. Ach mal, was ist denn los? Alle, ich höre nur Leute. Hier, das war direkt gut. Vögel, 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 Vögel. Hey, ich bin's nicht. Hisop ist es auch. Okay, Paragon, Hisop noch. Hey, nein, ich bin's nicht. Hey, Kruzan ist dieser gar nicht. Hast du nicht gemacht, Hisop? Das ist nicht passiert gerade. Nein, hat er nicht gesagt, ey. Hisop, hast du das wirklich gerade gemacht? Ja, hab ich. Dieser Sound ist zu göttlich, ey. Das hat gar nicht wahr sein, Alter. Das Ding hab ich sicher auch direkt weggesprengt, ey. Lauf.